Was versteht man unter einem milden Verlauf? Also ein milder Verlauf bei einer Covid-Infektion ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff. In der Medizin wird das relativ scharf definiert als eine Erkrankung, die es nicht erforderlich macht, dass man im Krankenhaus stationär aufgenommen wird und dort betreut wird. Bei Covid sehen wir die ganze Skala von möglichen Schweregraden. Wir sehen viele Menschen, die überhaupt keine Symptome haben. Die fallen auf, wenn sie regelmäßige Tests machen und dann zufällig positiv werden. Das gibt es auch, bis hin zu sehr schweren Verläufen, die mit dem Tod enden. Und bei milden Verläufen sieht man halt auch die ganze Bandbreite an Symptomen von Halsschmerzen, Schnupfen, Heiserkeit, Geruchsverlust, Geschmacksverlust indirekt damit bis hin zu einer Bronchitis, Husten mit Auswurf. Also da ist alles drinnen. Gibt es Unterschiede bei Omikron im Vergleich zu den vorherigen Varianten? Ja, also man kann definitiv sagen, dass im Schnitt die Infektionen mit Omikron milder verlaufen als mit der Delta-Variante oder den vorhergehenden Varianten. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht auch schwere Verläufe gibt bei Omikron. Auch die sehen wir. Und die Problematik insgesamt ist ja, dass wenn es ganz viele Infektionen im kurzen Zeitraum gibt, die Wahrscheinlichkeit trotzdem steigt, dass wir eine substanzielle Anzahl von schweren Verläufen in den Krankenhäusern betreuen müssen. Ist bekannt, welche Symptome bei Omikron am häufigsten auftreten? So ein ganz klares Muster gibt es noch nicht. Man hat aber im Labor schon gesehen, dass Omikron eher die Bronchien infiziert und weniger die Lungen selbst. Das bedeutet auch, dass wahrscheinlich damit im Zusammenhang der generell eher mildere Verlauf steht, weil die Lungen ja entscheidend sind für den Sauerstoffaustausch, die Bronchien nicht ganz so entscheidend sind für den Sauerstoffaustausch. Kann der Verlauf variieren, je nachdem wie lange die Impfung her ist? Ja, also die Impfung selbst schützt ganz gut vor einem schweren Verlauf. Und je besser der Impfschutz noch anhält oder gerade beginnt zu wirken, umso wahrscheinlicher ist es natürlich, dass man vor einem schweren Verlauf geschützt ist. Das heißt, wenn man unmittelbar nach der zweiten oder gar nach der ersten Impfung schon eine Omikron-Infektion durchmacht, dann ist man nicht so gut geschützt, wie wenn man zwei, drei Monate nach der zweiten Impfung die Infektion durchmacht oder sogar nach der Booster-Impfung. Da hat man gesehen, dass es deutliche Unterschiede gibt in der Schutzrate. Und am besten ist man geschützt einige Tage bis wenige Wochen nach der dritten Booster-Impfung. Auf Wiedersehen! Vielen Dank.